Hallo, ich bin Matthias von Singlehand. Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Im neuen Format möchte ich euch jeden Freitag hier auf meinem Kanal ein paar Hacks und Checks aus meiner Werkstatt vorstellen. Wir werden uns Werkzeuge anschauen, Handwerkzeuge, verschiedene Holzmaterialien und verschiedene Techniken, wie man zum Beispiel eine Oberfläche behandelt. Und damit werden wir auch anfangen. Also, seid gespannt, schaltet jeden Freitag ein. Ich freue mich auf euch. Bis bald. Ciao!